How are you? Fine. 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 Heute geht es um die Intonation im Englischen. Intonation Was genau heißt Intonation? Es ist die Art, in der du redest. Und was genau passiert mit deiner Stimme? Du kannst es dir wie Musik und Töne vorstellen. Gehst du mit deiner Stimme nach oben oder nach unten? Wenn wir im Englischen reden, passiert es die ganze Zeit. Die Stimme ändert ihre Position und die Musik unserer Sprache spielt eine ständige Melodie. So, wenn wir sprechen... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Aufwand zu haben, aus. Untertitelung des ZDF, 2020